Heute habe ich ein bisschen was Besonderes. Einmal zwei neue Sticker und ein weiteres Sticker hängt schon. Den Clip dazu bekommt ihr gleich. Und ihr kennt vielleicht mein altes Fräserset, das ich bei der Bosch Oberfräser mit dazu gekauft habe. Jetzt habe ich noch ein großes Frässet gekauft. Mit Sicherheit die Hälfte davon brauchst du nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, nur die sechs Stück und davon zwei, die du sowieso nicht brauchst, sind ein bisschen wenig. Und hier habe ich auf jeden Fall nochmal mit Bündigfräser und alles mit vertreten. Oben den Anschlag, unten den Anschlag. Also das ist definitiv das, was ich brauche. Das Ding war runtergesetzt. Ich weiß jetzt aktuell den Preis nicht mehr genau. Ich packe euch den Link davon auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Empfehlen kann ich ihn euch zwar noch nicht, weil ich ihn natürlich noch nicht ausprobiert habe. Aber ich würde sagen, das finden wir einfach gemeinsam in nächster Zeit heraus. Jetzt erstmal rüber zur Stickerwand. Heute haben wir wieder einen neuen Sticker für die Wand hier. Und zwar von Nikos Projects. Den Kanal dazu verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Er hat natürlich auch einen Sticker von mir bekommen. Von dem her, checkt ihn einfach mal ab. Vielleicht findet er meinen. Ich würde sagen, hier so, oder? Relativ gerade. Aufgenommen habe ich das Ganze schon vor langer, langer Zeit. Das hat aber nie dazu gepasst. Jetzt haben wir hier eben noch andere Sticker. Deswegen glaube ich, passt das diesmal besser. Einmal von Christian und von Sebastian. Den Kanal verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Hat mir hier auch noch einen schönen Brief dazu geschrieben. Mein Kanal-Sticker sollte bei ihm mittlerweile auch sein. Ich habe ihm aber schon gesagt, es dauert alles ein bisschen, bis ich das im Video mit einbauen kann, weil ich halt in dem Moment gerade die Werkbank produziert habe. Und ich nicht wusste, wie sich das ausgeht mit dem Videoschnitt dann. Jetzt ist es endlich soweit und wir kleben seinen Sticker mit dazu. Das ist ein richtig geiler Sticker. Richtig schön groß und von den Farben her natürlich bei Colorwood wäre scheiße, wenn das schon schwarz-weiß-Sticker wäre. So, wo packt man ich dazu? Eher rechts oder eher links? Ich würde sagen, hier ist ein guter Platz. Als nächstes haben wir dann hier noch einen vom Hamburger Jung. Der hat mir auch einen Sticker zugeschickt. Auch dafür recht herzlichen Dank. Freue ich mich immer, wenn jemand Sticker tauschen möchte. Deiner geht verdammt schwer ab irgendwie. Von mir habe ich ihn natürlich auch eingeschickt. Und wenn ihr zum Beispiel auch einen Sticker habt oder von mir den Sticker haben wollt, einfach unten in der Videobeschreibung. Dort steht eine E-Mail-Adresse. Schreibt mir einfach kurz und dann kriegen wir das schon. Perfekt. Schon langsam füllt sich die Wand. Finde ich mega cool. Wie gesagt, wenn ihr Sticker habt, einfach schreiben. Dann tauscht mal. Also Leute, schaut vorbei bei Nikos Projects, bei Colorwood, auch beim Hamburger Jung und natürlich auch bei den Restlichen. Ich hätte zwar recht viel Bock, jetzt die neuen Fräser hier auszuprobieren. Aber dazu braucht man auch irgendwas, um das sinnvoll zu verwenden, oder? Und meine Frau braucht eigentlich dringend seit Monaten ein Regal. Warum schauen wir nicht, ob wir das heute mal angehen? Ich habe mir hier die Maße heute mal noch flugs aufgeschrieben. Wir haben hier ein Maximalmaß von 68,5. Das ist allerdings schon Press. Also besser wäre eigentlich 68 cm hoch, 33 cm tief und es ist relativ flexibel, breit, aber ich sage mal zwischen 70 und 90 cm sollte es breit sein. Das ganz Besondere ist, wir brauchen einen Einlegeboden auf der Hälfte, denn das Ganze ist ein Regal für Ordner. So, jetzt kommt das Problem. Ich habe hier einen Ordner hier und wenn wir den mal messen, dann kommen wir auf eine Höhe von 32 cm. So, jetzt ist das Problem, 2 x 32 cm sind wir schon bei 64 cm. Maximale Höhe 68,5 cm. Wir brauchen einen Deckel, wir brauchen einen Boden und wir brauchen einen Zwischenboden. Das heißt, drei Ebenen auf gerade mal 4 cm. Das ist bei dem Material, das ich zur Verfügung habe, ein bisschen tricky, weil wir haben nicht besonders viel Auswahl. Das heißt, wir müssen uns da was überlegen und da bin ich gespannt, wie wir das hinbekommen. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal, was ich so rumliegen habe und zur Not müssen wir halt alles aus 9 mm machen, weil dann hätte man nämlich noch 1 cm Luft. Da habe ich erwähnt, dass das Ganze ein Geburtstagsgeschenk ist und ich das schon in zwei Wochen brauche oder so. Ja, nur kein Druck. Apropos Druck, wenn wir schon dabei sind, ich habe mir ein paar neue Sachen mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Einmal hier ein Adapter für die Triton-Oberfräse, um quasi das besser abzaugen zu können. So schaut das Ganze dann eben aus. Wir haben hier die Öffnung. Ich habe das jetzt hier nur reingesteckt. Das passt ziemlich gut. Also ideal, um dann hier absaugen zu können. Und dann noch ein bisschen größeres Projekt und zwar dieses Teil hier. Das Ganze ist ein Zyklon mit Deckel und hier wieder den Einsatz. Hat sehr, sehr lange gedauert im Nachhinein. Das war einer meiner eher anfänglichen Großprojekte. Im Nachhinein hätte ich das Ding lieber umgedreht, hier einfach einen Support irgendwie schief rausprogrammiert. Dann hätte ich mir das hier alles, das hier ist alles nur Support, hätte ich mir das sparen können. Aber dafür glaube ich, es ist richtig cool, wenn wir das Ding jetzt einfach hier runternehmen können. Also es ist richtig flexibel nur eigentlich. Sau geil. Okay, das ist ja der Zyklon, den ich mir selbst quasi designt habe. Im Prinzip das gleiche, was wir jetzt schon haben. Nur mit einem größeren Loch unten. Denn ich hatte das Problem, als ich die Balken abgehobelt habe für die Werkbank, hat sich immer wieder der Zyklon verstopft. Hier unten lagen so viel Spänne, dass das einfach dann in Staubsauger hineingezogen wurde. Und ich hatte eben die Vermutung, dass es am Zyklon liegt, dass hier der Durchmesser zu klein war und deswegen sich das Ganze staut. Jetzt habe ich den hier eben mit einem größeren Durchmesser gedruckt und den baue ich einfach in der nächsten Zeit dann mal um. Und dann testen wir das Ganze mit dem hier und hoffentlich funktioniert das. Schauen wir mal. Aber wir haben es noch ein Jochen. Ich glaube, wir haben es noch ein Jochen. Ich hoffe, wir haben es noch ein Jochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.